Willkommen im Wasser. Heute erneut auf Winterhecht. Wir haben Mitte Februar, der Himmel wieder mal leicht bewölkt. Ab und zu kommt mal die Sonne durch. Ich habe schon die ersten Würfe hinter mir. Mein Köder sieht inzwischen so aus. Dem fehlt der komplette Schaufelschwanz. Und was genau passiert ist, das seht ihr jetzt im Anschluss in einem kurzen Clip. Denn manchmal sagen Bilder mehr, wie viele Worte. Ich sage nur, lasst euch überraschen. Viel Spaß dabei. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020